Haben wir hier denn was? Ich mein, die werden wohl hier kaum so mal eben alle hinfliegen und dann wieder umdrehen. Das wär irgendwie ein bisschen läppisch. Hougosha, schon wieder die. Oder die schon wieder. Aber ich hab nix auf dem Radar. Bisher. Drachen. Ach, hier ist ein Sprungloch. Nach Neu-Tokyo. Interessant. Na, wo führt das denn hin? Na. Nein. Wo ist das denn? Ich glaub, ich muss erst durchspringen. Springen wir doch mal durch. Nur mal kurz, wir können ja gleich wieder zurückspringen. So. Boah, ich dachte schon, ich werd hier jetzt mitten. Ah, das ist das, wo die hier hingeflogen sind. Worauf schießen die denn? Und das sind alles Drachen hier. Blutdrachen. Mit denen will ich mich jetzt nicht anlegen. So, wo ist jetzt das Sprungloch hier? Spürst du das? Hey, hier kann man mienen. Auch nicht wirklich. Gut, fliegen wir zurück. Wir wollen ja mal nicht hier, äh, und so, ne? Naja. Ich bin schon wieder so leise geworden. Das ist schon mal schrecklich. Am Anfang bin ich immer laut. Dann werd ich immer leiser. Und dann werd ich wieder laut. Ja, ja, ist ja gut. So, wo fliegen wir denn jetzt mal hin? Ich würd sagen, wir fliegen mal... ...da hin. Zack. Die Vorschungsstation kann seine Regelung Jukawa werfen. Mir kommt das verdächtig bekannt vor mit... ...hier ist ein Sprungloch und dann die Jukawa werfen. Das sieht auch verdächtig aus. Oh, ist das Minenfeld. Echt verdammt, ach, die mir hier. Diese Wolke mit dem Minenfeld... ...das kann, äh, ins Auge gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hui. Boah, man sieht auch gar nichts. Nicht nur Sensorreichweite ist... Warum ist das jetzt nur noch so blau? Okay. Ähm. Ich dachte schon. Ähm. Ne. Äh. Äh. Nicht nur die Sensor-Effizienz ist auch reduziert, sondern auch die Optische hat sich reduziert. Bauern-Allianz? Wollt ihr mich verarschen? Und ich will sie haben. H3-4... Ja, ne. As-Hi-Ka-Fu-Sanumata. Ja, ne. Heute nicht. Was passiert, wenn ich gar nicht antworte? Sie sind doch schon sonst wo. Die können wir doch gar nichts mehr. Wie sie wollen. Tja. Und jetzt? Was will ich denn? Ich mein, ich weiß, was ich will, ja. Aber ich weiß jetzt... Also, ich wüsste jetzt nicht, was... Äh. Ich verzettel mich schon wieder an dem, was ich sage. Das ist immer so schrecklich. Äh. Egal. Tauen wir doch mal das andere an. Ich weiß nicht. Da hinten irgendwo. Da Hontu. Und da... Da, äh... Lager-Usa-Ka. Lager-Usa-Ka. Lager. Vielleicht haben die ja was. Hm, hm, hm. Nein. Äh, so. Tja, mal schauen, was die haben. Ja. Polizei, Ratte, Drachen, Drachen. Drachen, Drachen. Ah, cool. Der Drachen, Drachen. Hey, kannst du den Drachen, Drachen? Den Drachen, Drachen scannen. Ich kann den Drachen, Drachen nicht scannen. Man. Nichts ist hier unmöglich. Äh, nichts... Nichts ist hier möglich. Naja. Tja. Richtung Lager-Usa-Ka. Tja. Dauert ein Stück. Ui. Große Station. Was? Oh, oh, oh. Ui, ui, ui. Das ist mal wirklich ein Lager. Und da ist sogar noch so ein fettes Ding oben drauf. Ein großes Schiff. Samora. Kaplan. Patabomi. Oh, oh, Yushi. Ja, meinetwegen. Wie? Kein? Sie kriegen Andock-Erlaubnis? Was? Kein Wert mehr auf die, äh, Spiele würde. Schon damals, gell. Ja. So, was gibt's hier noch Schönes? Oh. Nichts. Zentinuschild. Map. Map, 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 Map. Map, Map. Ah, Treibstoff. Hier kriegt man es auch so billig. Ich fühle mich so langsam verarscht. Hier, 516. Was ist Magdama geladen? Mäh. Das ist doch bei Schiss. Also, auch hier gibt's nichts Gutes. Heißen, Kuzari kriegt mein billiges Haar, Treibstoff, Fuel, Zeug. Ui. Ui, ui, ui. Was hat die Haar- Boah. Haar-Treibstoff. Hängen wir so langsam vom Hals heraus. Egal, Grenzstation Akita. Akita Molita. Kennt ihr den? Ne, die. Ne, die. Die, ja, die. Ähm. Ist nicht weiter wichtig. Jedenfalls, äh, Grenzstation. Wie, sind wir schon... Wo sind wir hier? Sind wir hier nach oben? Ne, wir sind weiter nach rechts. Warum hat das eben so geblinkt hier in Neutokio? Egal, da ist Honschu. Ja. Grenzstation Akita, mal sehen. Wo ist denn die? Da ist die. Da gab's meistens nicht was großartiges. Planet Honschu Sigma 19... ...und Sigma 13. Schauen wir uns doch beide mal an. Erst Sigma 13, dann Sigma 19. Wir haben einen Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 1... ...roboter. Ich bin ein Roboter. Dude, 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 dude. Ich bin ein Roboter. Dude, 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 dude. Moooooooh! Ha, Treibstoff! Mh... Wasser, wo ist eigentlich ganz billig Wasser? Überall. Okay. Wasserknappheit scheint ja auf jeden Fall nicht zu herrschen. Ja. Auch nur derselbe Kram. Mann. Ich will was, äh, Interessantes finden. Was, was einmal wieder so richtig aus den Socken haut. So, Omega-13. Oder Omega-3, ich weiß nicht, 13 oder 3 war das. Irgendwas mit einer 3. Da war natürlich ein Neutronenstern, der sieht geil aus. Aber da kommen wir ja nicht hin, weil wir hier in der Story sind und da dürfen wir nicht nach Rheinland. Ist doch verflucht, ist das doch. Na, egal. Ab nach Sigma-13. Oh, wehe, wir dürfen da nicht hin. Andocken, verweigern. Ja, meinetwegen. Natürlich ist es beleg. Natürlich ist es beleg. Warum auch nicht? Bisher habe ich keine einzige profitable Handelsroute gefunden. Oder zumindest halbwegs was Profitables entdecken können. Entschuldigt, bitte. Äh, ja. Dann, äh, warten wir mal. Dankeschön. So. Wo sind wir denn hier? Da war auf jeden Fall gerade eine Handelsroute. Nach Gasabbostation Naha. Krähennebel. Die Region Sigma-13 des Krähennebels enthält eine Großmengen an die und ist sie in Kohlendorf, Helium und Sauerstoff. Sie ist die Heimat der KGS, Knappschaft und herköpiger Gasschürfer und enthält die Überreste einer einst stolzen kaiserlichen Flotte von Rheinland. Rheinland? Wieso Rheinland? Reisen außerhalb der markierten Handelsrouten ins Gefällige und wird aufgrund der zahlreichen Gasblasen mit explosiven Sauerstoffen nicht empfohlen. Darüber hinaus zerstört in der ganzen Wolke hohe Freibeuteaktivität. Ach, das Ding war das. Hier war, glaube ich, mal ein freies Feld oder so. Da waren mal nette Sachen dran. Also, äh, in dem Discovery zumindest. Da gab's da, äh, hier, halt eben so Wachs, die man anschießen konnte und dann gab's da irgendwelche so ganz spezielle Waffen. Gasabbräustation Naha, also. Fliegen wir doch einfach mal da hin. Wird schon schief gehen. Station Helgoland. Oh, cool. Helgoland? Was hat denn Helgoland? Was hat Helgoland in, äh, mit Kusari zu tun in Japan? Egal. Egal. Andert, noch gelegt. Einmal in Wachtgeschöp. So. Gibt's hier etwas Besonderes? Ja, nö. Sky Blast, ja, ja. Ja. Super sehr. Aber ich hab keine Schöpfe, die es machen kann, Mann. Das möchte ich mir aber aufschreiben hier. Äh, Moment. Ähm. Sky Blast Waffe. Äh, welche Stützung war der Station in Sigma 13. Äh, ich weiß grad nicht, wie die heißt. Egal. Gasabbaustation na- 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 hollab, falsche Zeile. Ende. Hm, bei, na- ha. So. Äh, äh, man. Ich will das Zeug teuer loswerden. Nicht noch billiger kaufen. Das wird ja immer billiger, der Preis. Ich krieg ne Krise. Mam. Boah. Junge, 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 Junge. Man merkt, es wird so langsam ein bisschen unspannend. Auch hier gibt es nichts Interessantes. Station Helgoland. Da wollen wir mal sehen, was Made in Germany zu bieten hat. Station Helgoland. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich glaub, ich war doch noch nie großartig. Oh, Alter, hab ich mich grad erschreckt. Ich dachte grad, der fliegt mir mit meinem Miene auf einen zu. Was? Wieso ist die Grot? Wem gehörten die? A, L, G. Frankfurt? Frankfurt? Wieso Frankfurt? Wie sind hier in Rheinland? Wieso sind wir hier in Rheinland? Oder nahe Rheinland? Und Leute, Leute, lasst mich in Ruhe. Aber Rheinland ist doch da unten. Was sollen wir hier mit... Warum? Sigma 13 ist hier oben. Warum ist hier eine Station am Sailbo... Was? Und ich wundere mich schon. Da, 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 da ist rheinlandisches Gebiet, aber wieso da schon? Oder hat das wegen diesem Krieg zu tun, der im Moment in Gang ist? Dann würden ja Stationen doch tatsächlich umgeändert werden. Sigma 13. Boah. Sieht mir ja ganz dicht an der Sonne vorbei. Blauer Zwerch. Blauer Zwerchfell. Äh. Ja, ich weiß. Ganz schlecht. Einfach nur ganz schlecht. Egal, fliegen wir zurück nach Sigma 17 oder 19 war das. Da gibt's vielleicht auch noch was Nettes. Und da machen wir nämlich auch schon wieder Schluss, denn wir haben schon wieder eine Stunde aufgenommen, dann. Wie viele Folgen hätte ich dann? Acht Folgen hätte ich dann heute aufgenommen. Naja. Werde ich das überhaupt in 20 Minuten Parts machen? Ich muss da ganz ehrlich sagen. So, Story-relevante Teile, die kann man eigentlich jetzt 15 Minuten Parts machen. Schließlich Korsaren. Hey, Korsaren. Die haben gute Sachen. Meistens. Und die haben auf jeden Fall richtig die besten Schiffe mitunter. Legionär. Die Korsaren, oder der, äh, die Korsaren haben mitunter die besten Schiffe, die man ja hier so ein Freelancer haben kann, ohne Mod. In Vanilla. Tadaa. Was haben wir da eingesammelt? Ich wüsste es gern. Dafür schmeiße ich sogar meinen Haartreibstoff raus. Der mir auch so lieb und teuer wichtig ist. Schrott. Und Sauerstoff. Was haben die mir gegeben? Nichts. Dann sch- Ja. Zehn. Ey. Zehn. Über Bord werfen. Ja. Zehn Stück. Abwerfen. Fracht über Bord geworfen. Schutzschild deaktiviert. So, und das Ding will ich mir da schnappen. Schutzschild deaktiviert. Ach, nö. Ach, nö. Sauerstoffe. Fracht über Bord geworfen. Schutzschild deaktiviert. Dankeschön. Vielleicht kann man damit ja ein bisschen was anfangen. Egal, dann geht's wieder zurück zur Grenzstation Akita. Weg mal 19. In Ordnung. Ja, das war doch mal etwas Interessantes. Ja, das war doch mal etwas Interessantes. Ja, Miss Inspektor. Boah, jetzt hab ich mich erschreckt. Bei mir fiel gerade irgendwas um, nachdem ich hier mit Ellenbogen auf den Tisch gegangen, gekommen bin. Ich hab jetzt nicht Donn gemacht, sondern einfach nur halt so, ja, und dann fiel was ob, was auch immer. Ich schau mal kurz, was das ist. So, das ist nur eine Flasche runtergerutscht. Dumm bisschen. Oh. Oh, oh, oh. Alter, was ist denn hier los? Station AOMO. Das möchte ich mir mal genauer anschauen. Boah. Hui. Eil. Eil. Bäh. Schauen wir uns das Ganze doch mal von innen an. Auch keine Schiffe. Auch nur wieder der Kram hier. Sky Blast. Ja, okay. Ich habe verstanden. Danke. Ja, ist okay. Hier kann ich... Oh, Mann. Ich kann hier nichts vernünftig verkaufen. Boah. Auch hier nichts Interessantes. Fühl. Tick mal. Tick mal. Wie laut das hier auf einmal ist. So, ab nach Sigma 19. Andorgen. Andorgen verweigert. Zielort. Blöde. Blöd. Tja. Sigma 19. Irgendwo hier. Ach ja. Das war, glaube ich, Golden Cruiser im Teamgebiet. Aber mit dem habe ich ja bisher noch keinen Krieg gehabt. Vielleicht weiß ich nicht. Ich kenne die ja noch nicht. Vielleicht sind die ja trotzdem roh. Ich weiß es nicht. Doch, ist jetzt mal alles neutral. Das fände ich gut. G10. Ne, ausgestoßene. Gas auf... Ach, wie ist so eine Gas auf... Oh, Gashava. Na, meinetwegen. Fliegen wir da noch eben hin. Und dann, äh, speichern und... Dankeschön fürs Zuschauen. Was? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w... Da war gerade was. Da war gerade was. Gas ab... Ach, hier sind wir. Ich weiß. Hier ist ein radioaktives Feld. Und hier unten ist, äh... ein sprungter das noch dabei ist oder was noch gebaut wird wir sind zurzeit äh äh maa sie dürfen jetzt zum dock map 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 gibt's hier was interessantes null kein stück monsterrakete auch nicht unbedingt besser naja schild auch nichts besseres keine optimierte sentinel so langsam fang ich an zu verzweifeln hart halbster das wird ja immer billiger immer billiger man Das wird immer billiger. Immer billiger. Na schön, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder in dieser Station. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.